Moin Moin die Matrosen, hier ist der Klabauter Mann. Herzlichen Dank für 100 Abos. Ich bin begeistert von dem Engagement hier in dem Channel. Wir haben 300 positive Bewertungen, 250 Kommentare und 30.000 Minuten Video, was ihr angeschaut habt. Das motiviert mich weiterzumachen. Ich werde sowohl mit Minecraft weiter dabei sein und nachdem DayZ und XCOM 2 Experimente waren, die nicht ganz so gut angenommen wurden, mich auch nochmal in einem Survival ausprobieren, ohne Zombies diesmal, und zwar The Long Dark. Ja, soweit erstmal von mir aus für heute. Ich danke fürs Zuschauen und Zuhören, freue mich über weitere Abos, über weiteres Feedback. Schöne Grüße, macht's gut, der Klabauter Mann.